Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, für unsere Pareidoli-Freunde ein Gusto-Stückerl. Es geht hier gefühlte 80% bergauf und ein mächtiger Fels. Ich muss aufpassen, ich muss mich hier anhalten, dass ich nicht runterrutsche. Es ist richtig steil, da will jeder Schritt überlegt sein. Und das ist hier so irgendwie auf der Gegenseite von Bad Föslau. Das ist sozusagen die Konkurrenz hier drüben. Das ist so ein Pecherbaum. Dass die das überlebt haben, ist auch wunderlich. Verwunderlich, fritzwunderlich. Auf jeden Fall starker Platz hier. Ich gehe hier mal her. Also, das schaut aus wie ein schlechter Beton. Ist aber wahrscheinlich irgend so ein Ufergestein, oder? Das ist so ein Konglomerat von irgendwas. Schaut wirklich aus wie ein schlechter Beton. Also lange wird das nicht halten. Also das heißt, hier war Meer. Weil das schaut aus wie Meeressedimente. Überall stecken da die Kiesel drinnen. Das ist ja schräg. Als Ornithologe kenne ich mich da nicht aus, aber völlig egal. Oder wer ist denn die Zoologe? Entschuldigung, so ist das. Ausblick ist okay. Und eine schöne herbstliche Stimmung. Gut, das war's. Ende.